hallo liebe leute herzlich willkommen zu einer runde minecraft bedwars mit dem mark hallo wir spielen mal seit ewigkeiten wieder minecraft ja und wir werden es wahrscheinlich ziemlich scheiße anstellen zumindest ich denn ich habe gerade den jump & run am anfang so gar nicht hinbekommen so wir scheinen bisher so die ersten zu sein die dich zur mitte bauen wenn du fertig bist löse ich dich ab genau probier mal mich hoch zu bauen das krieg ich noch halbwegs hin ja wir sind gefühlt die ersten ich baue mal ein bisschen das bett ein sehr sehr nice ich bin drüben und habe nichts an gold nichts fängt das irgendwie erst nach 15 minuten an irgendwie gold zu spawnen oder so ich habe also die frag mich nicht weil ich das letzte mal minecraft gespielt hat das muss irgendwann im august letzten jahres gewesen sein gold 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 mit vier kriegt man schon einen bogen ne ok da hinten kommt das der erste von den gegnern ok ich bin unterwegs wieder zu uns und gucke dass ich uns als erstes einen bogen gönne wenn es so gleich klappt zack zack hat da kommen wir ja warte sehr nice ok der hat mich fast gekillt alle was ist für eine wixfigur oh man ich war auch mal besser mit dem bogen ich bin tot mit 8 eisen scheiße wir haben eisen bei uns auf der insel auch ne ja ja aber ich habe erst mal runtergekriegt das ist nicht das problem ja eben ist es auch ok essen 1 2 ja ich habe auch noch schön schäler drin lass mich vor aber du hast den bogen Entspannen kein失og ja ich 40 1 2 8 gold 5 ich glaube es ist auch mal ein bogen sieben viele Wie teuer ist ne Kiste? Kiste kostet nur ein oder zwei Eisen, ne? Äh, Kiste kostet, Moment, zwei Eisen. No problem, mach ich. Okay, mach das mal. Wir haben sechsten Eisen. Ähm, das ist ja nicht unser. Ne. Welche Farbe sind wir? Wir sind, äh, lol, wir haben fast gewonnen. Okay, einen hab ich gekillt. Von den gelben. Oh oh. Äh, da kommt einer gleich zu uns. Hab ihn. Ha! Mein Kill. Und Rot ist eh nur alleine. Ich würd mal sagen, das ist ein Win. Rot? Ist da, ist Rot rechts? Ne. Ne, geradeaus. Ich brauch mich da jetzt mal hin. Ihr macht das. Ich geh mir von den 5 Gold irgendwas cooles holen. So. Das wär natürlich cool, so als Auftakt direkt zu ne Winrunde. Huch, hier ist gar nicht Eisen. Hier ist anscheinend das Bett. Da, wo die Pfeile fliegen, bleibt der Skill liegen. Ein Poet. Was will der uns damit jetzt sagen? Ich hab gar kein Schwert. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt, wollt mein 5 Gold, meine 5 Gold dafür investieren. Oh, ne. Ach, geht gar nicht. Das kostet zu viel. So. Zack, 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 zack. Ähm. So. Ich hol mir aber auf jeden Fall noch ne andere Spitzhacke. Und wenn das Bett bis dahin nicht weg ist, komm ich jetzt gleich auch mit kämpfen. Habt's so ne Truhe jetzt schon irgendwo hingesetzt? Nö. Okay. Was mach ich mit den 5 Gold, die ich übrig hab? Äh. 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 Wettungsplattform. Z4, TNT. Ah, komm ich bau uns schnell ne Kiste. Tue ich da das Gold rein und alles. So, zack, 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 zack. Ah ne, ich bräuchte am besten noch ganz viele Blöcke. Das hab ich auch vergessen. So, und wie weit bist du schon mit dem Bett? Noch gar nicht dran. Ich hab nämlich kein Schwert, das ist das Problem an der ganzen Sache. Okay, ich komme. Ich hab jetzt kein Eisenschwert, aber ich hab ein ganz normales Schwert. Und ich glaube, der andere wird sich noch nicht groß in der Mitte equippt haben können. Oh, hier liegt wieder so viel Eisen. Ich hab jetzt zwölf Eisen. Soll ich zurück? Oh, nochmal mehr Eisen. Äh. Okay, du hast das Bett. Sehr schön. Was ist denn der Typ? Er hat sich selbst umgebracht. Ja, Alter. War super. Oh, nice. Wir haben gewonnen. Geil. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's doch schon. Eine schnelle, geile, feine Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Eben. Tschüss. Sarab'n du Gott.